Ist der der Größte? Ist der der Größte? Ja, Alex. Ist der der Größte? Ja, der ist der Größte. Nee, das ist der Größte. Ja, das ist der Schild. Kommt da gleich wieder. Mama, das hier vorne ist der Größte. Ja, und der mit dem hinten Abwand ist der Größte. Ist der Größte? Ja, aber sieht doch mal. Und wo ist der Größte? Das ist der Größte. Da, das ist der Größte. Da, nee, da. Ja, der Größte. Der Größte. Aber da steht schon der Fischschreuer. Oh. Da oben. Was ist hier in der Reihe da oben? Meinst du warum? Weil der weiß, hier gibt es nicht Fisch. Nein, hier ist der wilder Diebstühle. Wie klein die die sind. Wie klein die sind? Oh, die sind in der Reihe. Das war die Stylgäu. Wie klein war es, ich habe die Stylgäu. Wolle die Stylgäu. Wolle die Stylgäu. Wie klein war es? Wolle die Stylgäu haben.